Ich habe mich sehr gefreut über die Nominierung durch unseren neuen Enttendanten Markus Müller. Sehr gerne mache ich meine Challenge zugunsten der Pfarrer Landshundhilfe mit. Meine Nominierten werden sein Dr. Wobrecht und Frau Thiekong, ein Archäologe und eine Künstlerin. Ich denke, das passt gut. Also los! Juhu! Sehr gut! Sehr kalt! Nee! Ah, das ist gut!